Mario Kart 80 mit richtig viel Tempo gespielt. Ich würde mal probieren, vielleicht hier ein bisschen auf Beschleunigung zu gehen. Holzreifen mit unserem kleinen Pünktchenkart. Bekommen wir noch ein bisschen mehr Beschleunigung? Weniger Gewicht, mehr Haftung. Nehmen wir einfach den normalen Fallschirm. So. Der Propeller-Cup steht an. Let's go! Eine Spritztour durch Sydney? Nee. Bowser wieder auf 1. Los geht's! Warte doch mal bitte auf uns, Bowser. Wir wollen an dir vorbei. Ähm. Autsch! Hier geblieben. Oh, die Runde ist nicht so lang. Bruder Panzer? Ja. 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 So, an Bowser vorbei. Oh. Ich glaube, Bowser ist gerade in Abgrund gefallen. Was ist das denn? Schon wieder hat uns das getroffen. Oh. Okay, wir sind auf 1 und haben einen roten Panzer. Da ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Was? Bowser hat uns gerade noch überholt, glaube ich. Der konnte über das Grüne fahren. Was ist Lawiner? Na gut. Den werden wir uns schon holen. Noch ist der goldene Pokal ja nicht verloren. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses Pünktchen-Kart lässt sich auch ganz gut fahren eigentlich. So. Okay. Da wird unser Panzer geklaut. Oh, der hat die Banane genau gezielt auf uns geschleudert. Da war der blaue Panzer. Oh, bausat die Banane erwischt. Nein, roter Panzer. Das gibt's doch nicht. Wir brauchen was Gutes. Ah, wieder Zweiter. Vielleicht hätte ich den Pilz ein bisschen früher einsetzen müssen. Okay, wir sind auf Platz 2 mit zweimal Zweiter. Bowser direkt hinter uns. Die Bewohnerin ist vor. Jetzt wird ein Punkt. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir vor ihr landen. Und vor allen Dingen auch vor Bowser. Aber wir werden jetzt einfach Erster und dann ist das alles kein Problem mehr. Oh. Roter Panzer Nummer 1 Irgendwie haben die Pilze gerade nicht so gut funktioniert bei uns Hier geblieben Oh Wir sind Erster Und wir haben eine super gute Verteidigung Ähm Mit was Ich weiß nicht wie man über diese Pilze schneller drüber kommt Okay Letztes Rennen Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier Erster werden. Oh, Bowser hat einen roten Panzer. Nein, geh weg. In der Luft hat er uns getroffen. Das zahlen wir ihm heim. Das gibt es nicht. Zwei rote Panzer hat er von uns abgewehrt. Okay, das läuft nicht so gut gerade. Nein, zweimal von der Pflanze erwischt worden. Also jetzt brauchen wir wirklich eine perfekte Runde. Oh, sehr gut. Ein blauer Panzer. Perfekt. Lass uns einmal kurz vorbei. Das sieht gut aus gerade. Okay, wir haben noch die Banane. Da trifft uns der rote Panzer. Das hat gut geklappt. Wir sind Erster geworden. Sehr nice. Ein Punkt. Ein Punkt vorne. Okay. Das war ja wirklich richtig, richtig haarscharf. Aber wir haben es noch geschafft am Ende. Da fährt er der Mario in unserem Pünktchen-Kart. Und da hat uns Bowsers roter Panzer getroffen. Im Flug. Ich wünschte, wir hätten mal so ein Glück, wenn wir ein Panzer abschießen. Dreimal Zweiter und mit dem ersten Platz am Ende haben wir uns noch den goldenen Pokal gerettet. Sehr, sehr schön. Kein neues Fahrzeugteil. Das wäre dann Pokal Nummer 4 im Booster-Streckenpass. Das heißt, jetzt ist Halbzeit. Vier goldene Pokale brauchen wir noch. Dann haben wir alle momentan verfügbaren Strecken gefahren. Und dann geht es beim nächsten Mal jetzt weiter. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.